Voll zur Bucke gerade. Willkommen zum Wir-Schieben-Steine-Simulator. Wir wissen nicht genau, welcher Stein, aber es muss irgendeiner sein. Weil ich weiß also nicht, wie die Tür aufkriegen soll. Oder geht die kaputt? Ja, das Geräusch ist ja bekannt, aber vielleicht kann ich die einfach wegspringen und gucken. Aber wieso? Ich Idiot. Ach, Mann, das ist doch doof. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich überhaupt... Okay, okay, wartet mal. Mir sagt man hier, ich überspringe aus, das sind immer Steine, weil ich einfach zu unkonzentriert bin. Oder zu unsachlich. Aua. Den habe ich doch schon mal geschoben. Okay, jetzt wissen wir, wie es ein Bescheid. Oh, hallo. Ich gehe weiter nach links, Hilfe. Oh, shit. Wir enterhaken. Ich habe so... Fatz, fatz, fatz. Oh, je. Stürb, du, oder Schädel. So, wo muss ich hin? Ach, bestimmt irgendwo hier ist einfach so ein skoscher Block, den ich wegschieben muss. So, aber... Den hier oben war. Jetzt geht die Suri schon wieder los. Okay, das ist der Tempel der vielen Blöcke. Und dadurch wird der hoffentlich nicht... Aha. Okay, das habe ich gefunden. Ach, Mann, wovon ich wieder getroffen werde. Ich habe Bock hier auf die Scheiße. Stuben. Swit, 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 swit. Okay. Wow. Wow. Warte, das sieht echt so Zelda-1 mäßig aus. Wow, das war knapp. Ups. So. Oh, Herz. Ja. Oh, genau in dem Moment. So, manchmal hat man da echt Pech. Muss ich ja mal sagen. Und wieder herausfinden, welcher Stein das hier war. Welcher Stein das hier ist, besser gesagt. Und immer schön Vorfahrt lassen. Okay, von denen ist es keiner. Na, wie ist es die Mucke? Schön nostalgisch. Ach, da schwelgt man doch gerne in Erinnerung. Na, wer von euch hat Zelda-1 gespielt? Hm? Wer kennt Zelda-1? Das originale, echte. Sei es jetzt auf dem Game Boy Advance, als Next Classics Remake. Oder halt... So, okay. Nach links geht es gar nicht. Nach rechts geht es gar nicht. Ist ja fies. Äh. Es ist ganz komisch hier. Was... Oh, nein. Schnell. Nein. Schnell, sehr schnell. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. Okay, es kann bloß noch der hier sein. Er geht nicht zu schieben. Vielleicht... Er sagt nicht, dass der Dittje jetzt... Es scheint jetzt echt nur zu gehen, wenn ich, äh... Wenn ich hier alles weg habe, oder was? Ah, hier habe ich einen guten Schutz. Schutzschild. Geil. Dam, 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 bam, bam. Ah, oh Gott. Jetzt kommt der Ding natürlich noch rein. Ich sollte mal vielleicht wieder einen Safe-State setzen. Hehe. Bam, 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 bam. Na, los. Na, los jetzt. So, der Letzte kommt. Flupp. Okay, hier muss ich jetzt echt warten. Muss ich gut überlegen, wo ich hingehe. Ich gehe jetzt mal nach oben. Hm? Fair. Klasse, ey. Echt klasse. Na. Oh Gott. Na. Der Toten kommt. Ganz langsam, aber sicher ankommen. Zack. Du, du. Na. Hm, 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 hm. Oh Gott, ey. Was ist das denn für ein Tempel, ey. Okay, einfach nur. Aua. Niu. Hm. Ich hoffe, ich kriege hier irgendwann eine große Truhe zu Gesicht, ey. So. Man kommt ja aber schnell voran mitunter, ja. Oh. Boah, tu afelkind. Aua. Man, die scheiß Dinger. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Warum nicht zuerst einfach mal nach oben gehen? Oh nein. Oh Gott. Hä? Das ist aber ein, das ist aber ein anderer Raum hier. Ah. Dann vielleicht doch erstmal nach da. Und sich wieder scheißen zu gucken, welcher sich verschieben lässt. Welcher lässt sich hier verschieben? Yeah. Yeah. Jo. Okay, mal kurz saven. Immer wieder. Lalalala. So. Wow. Oh shit. Ah, das ist ein Auge. So. Ah. Erschrocken. What you? Oh Mann, ey. Eisenschädel hier, Alter. Gibt's doch gar nicht. So. Was soll ich hier machen? Erstmal nach oben vielleicht? Nein, 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 nein. 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 Was ist das denn? Ist klar. Uuuuh. Falle. Einfach eine Falle rein die Rand. Fies, Mann. Das ist ja eben mein. Tja. Nö. Nicht mit mir. Miu. So, dann gehe ich halt also erst mal nach links. Okay, warte mal hier, Bamba. Achso, das ist der Raum hier. Okay. Dann gehe ich erst mal nach oben, wa? Gott, oh Gott. Tag. Oh, mein Herz. Du. So, tschüss, Mann. Okay. Warte mal hier, hier. Hier war ich ja schon mal. Da war ich ja schon. Oh Gott, da ist dieser olle Fallenraum. Gottes Willen. Okay, mit einem Bombensprung da hoch oder was? Ich glaube ja, wa? Na okay. Mit einem Bombensprung wieder. Leider ja. Na gut, dann ist wieder schön Safe State Time. Bombensprung. Ja, wenn er es dann unbedingt so will. So. Bitte bitte rein in den Beamer. Danke, Mann. Achso. Ne, warte mal. Dann will ich hier noch nicht hin. Ne, ne, ne. Achso, jetzt muss ich hier noch hin. Ach, nicht doch. Och, Menno. Sobald ich nämlich den Somaria-Stab habe, muss ich das nämlich gar nicht mehr machen. Dann kann ich, glaube ich, einen Block hinmachen und dann einfach so gegenrennen und zurückbouncen. Dann komme ich nämlich auch so rüber. Ja, okay, seid ihr aber hier versaut? Oder kann ich hier doch noch irgendwas schieben, wenn die Tür wieder auf geht? Ach, hier leuchtet es einfach nur ein riesengroßes Labyrinth. Und gleich kommt wieder der Frust in mir auf, weil ich genau weiß, wie verwirrend diese ollen Tempel hier sind. Wie verwirrend das war. So, okay, dann halt Back. So, hier wissen wir, welcher das war. Aber ich gehe trotzdem jetzt mal... Also da links... Wir haben ja links ja auch nichts entdeckt. Jetzt. Dann gehe ich nochmal woanders hin. So, dann war ich da schon mal nach oben lang. Ging es auch mal lang? Warte mal, dann kommt mal runter, die ganzen Skelette hier. Zack. So. Komm runter. Zack. Okay. Ist klar, wieso lebst du noch? Wieso? Wieso hast du gerade nicht explodiert? Wieso sind die jetzt stärker? Aha. Was zur Hölle? Dieses Spiel verarscht mich nur. Wird ihr nur verarscht. So, genau. Machen wir immer wieder einen neuen Safe State. Stimmt's? Stimmt's? Wow. Wow. So, hier wissen wir das ja, dass das der hier war. So. Ich habe auf jeden Fall den großen Schlüssel. Der ist auch schon mal geil. So, hier wird wieder scharf geschossen. Außer ich drehe mich mit dem Rücken zu den Augen. So, hier war ich, glaube ich... Doch, unten war ich schon, weil es oben nur um so lang ging, ne? Ha? Oh Gott. Mann, so viele olle Wege, ey. Ach so, ich bin ja schon wieder hier bei dem Scheiß. Los, haut mal wieder ab. Tschüss, Mann. So, da habe ich ja den Schlüssel bekommen. Den Schlüssel. So, mir wurde gesagt, hier irgendwo soll jetzt eine Fake-Tür sein. Die da ist wohl Fake. Dann gehe ich da einfach mal durch. Alter, geil. Wow. Fies. Danke, lieber Chat. Das ist ja gemein, ey. Schöne Fake-Tür, aber okay. Danke, Skull-Kit, für die Sendung. Und... Oh Gott. Einfach so ein Herz-Container? Das ist doch schön, ey. Alter, uns fehlen jetzt bloß noch fünf Herzen. Fünf Herzen nur noch. Okay, ich glaube, das war dann einfach bloß... Einfach nur für den versteckten Herz-Container. Krass. Okay, da oben jetzt soll er noch weiter. Ich doob. So, ich habe so geil viele Bomben. Pfeile habe ich leider alle schon verschossen. Hm? Hm? Ah! Der knabbert jetzt schon wieder. Okay, ist ja mal saven. So, Bumerang muss es klären. Oh Gott. Boah, schum, schum, schum. Alter, Sklaven. Oh nein, Gott, wer war jetzt hier schon der Schlechte? Huh! Na, ist klar. Wow. Ja, was ist denn hier los, Mann? Alter. Oh. Oh. Mann, hört auf, euch alle durchzumischen. Ich weiß nicht mehr, welche ich schon getroffen habe, welche nicht. Wow. Wow. Ja, ist nicht gemein. Wow. Ey, was ist das denn? Wow. So. Wow. Okay, okay, wartet mal. Ey, Koffi, ihr kriegt wenigstens eine Belohnung, wenn ich das hier schaffe. Ich habe den Safe-Set hier jetzt als ich probiert, einfach so lange, bis es klappt. Bis ich Glück habe oder was, bis ich hier einfach gut durchkomme. Oh, Alter, warum fängt der so weit weg manchmal? Oh, oh, oh. Mein, mein Po. Ich habe nur fünf Pfeiler, der würde dich nicht bringen, ey. So. Im Chat will mir jemand einen Tipp geben. Ich glaube, ich weiß schon, welchen er meint. Meinst du vielleicht den hier, den? Guckst du meine Streams nicht, wahr? Den habe ich schon nicht raus davon. Dann hätte ich den Gang natürlich entdecken können. Dass die Tür eine Fake-Tür ist, entdeckt man ja dadurch. Ach. Weißt du, ich habe so ein Schild, der das eigentlich abblockt. Aber man kann ja nicht sagen, dass ich nicht viel aushalte. Ich halte ja sehr viel aus durch meine Rüstung. Wieso? Ja. Oh. Ey, das ist so übel. Ich weiß nicht, ist da echt... Vielleicht ist ja inzwischen mein Schwert doch stärker. Man kann es ja mal gucken. Wartet mal, ich gucke mal. Vielleicht ist ja mein Schwert doch stärker inzwischen. Ne? Weiß man ja nicht. Als so ein Bumerang. Ich habe jetzt ein Level-3-Schwert. Ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was... Alter, guckt euch diese Scheiße an, Alter. Das ist so dumm. Das ist so dumm, Alter. Ich kann mir richtig vorstellen, dass du den... Ich glaube, nee. Den Schwert ist immer noch richtig scheiße. Komischerweise. Ich kann mir richtig vorstellen, dass er den letzten Endboss-Kampf-Gun-Don oder so... Bestimmt auch so gemacht hat. Einfach stacheln an den Wänden und... Oha, drei Treffer, Alter. Ach. Er guckt euch jetzt an, wie dumm das ist. Was soll ich denn da machen? Vor allem, die schießen halt immer random. Hier kommst du echt nicht durch, außer du hast eine lange, lange Glücksserie. Sorry, ich wollte nicht schmatzen. So, ja, hier kannst du echt... Ich muss jetzt Glück haben. Sorry, Leute. Ich muss hier einfach mit Glück durchkommen. Irgendwie. Sag mal, schießt nur einer. Mal schießen alle vier auf einmal. Ja, oh Gott. So, einer ist down. Und ich habe ja nur vier Herzen Schaden. Ja, wenn es jetzt wieder zu krass wird, dann muss ich das immer wieder Safe-State für Safe-State machen. Das geht nicht anders. Du, 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 du... Ach. Dass ich die auch so nicht treffe. Oh Gott. Wow, Alter, wow. Ey, stirb da endlich mal. Wow, wow. Alter, ey, du kannst nicht vier Dingern gleichzeitig ausweichen. Das geht nicht. Vor allem nicht random. Ich kann ja, ich kann... Ich habe keine Chance, mir einen Rhythmus oder sowas zu überlegen. Von wegen, ah, cool, wenn ich das jetzt ein paar Mal mache, dann kommt wieder das. Dann muss ich ausweichen. Das geht nicht. Weil die random schießen. Naja, klasse, ey, gut. Äh. Und der ist sowas von Kotz. Naja. Oh Gott, das hat die Hammer ja noch ein bisschen dumm. Warum? Kann ich irgendwie in der Tür stehen bleiben? Mal gucken. Ach, ne, ist ja eine... Oh, Mann. Ne, okay, warte mal. Das ist doch alles hier. Was ist denn das? Oh Gott. Ja, einer ist down. Ich habe nur... Ich habe wieder Fair-Herzentscheidung. Ach, warte, warte. Ich habe irgendwie keinen Schiss, ey. Äh. Nur Superman, Frankie, das klappt nicht. Das klappt nicht. Ich weiß, das sieht doch einfach aus und so, aber das klappt nicht immer. Ich kann die mit dem Schild ablocken, die Schießdinger. Ich weiß, aber das klappt halt einfach nicht immer. Hier, Mann. Ja. Jetzt hat er Glück gehabt. Vor allem, weil Link hat der echte Schild in seiner linken Hand. Oh, und deswegen muss ich immer... So, komm, schließlich noch. Alter! Ich weiß, das klappt nicht immer. Ja. Ja. Gerade läuft es aber gut, ey. Klar. Gerade läuft es sehr gut. Und die Fresse voll in Zeitlupe. Was ist denn das für ein Spiel, Mann? Wer dachte, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Ey, entweder Euclid oder Seth wird einer von den dummen Säcken. Oh, ey, das ist jetzt mal schon so gut. Und die ballern dir die ganze Zeit aufs Dach. Die ganze Zeit. Die haben unendlich Muni. Du kannst da nichts gegen machen, Alter. Ey, du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Oh Gott, ey. Bis dahin ist ja mal ein Zaubersaft, alle. Ja, vielleicht krieg ich mit. Also, ich brauch drei Pfeile für einen. Drei Pfeile für einen. Ich hab nur fünf. Hätte ich jetzt mal Pfeile. Das wär's natürlich, Nonplusultra, Pfeile zu haben. Hab ich aber nicht. Ah! Wow, wow, wow. Okay, warte mal. Jetzt ist es so ein Scheiß-Warn. Ich probier's mal mit Bomben. Ob Bomben irgendwas bringen. Bomben bringt tatsächlich was. Krass. Oh Gott. Ja, halt auf bei mir selber, leider. Komm schon. Explodieren richtig krass. Alter, ist klar. Alter, wie übel das aussieht. Aber wenn die Bomben die ganze... Ich sag mal so, wenn die Bomben die ganze Arbeit machen und ich noch ausweichen muss, dann würde es ja vielleicht gehen. Aber es klappt einfach nicht. Alter. Alter, das kannst du doch vergessen, ey. Das ist voll dumm. Ob das was bringt? Ich mach das einfach mal. Stürbt, ihr Säcke! Oh, nichts. Was? Ihr stürbt, ihr Säcke! Hoa! Zack! Nichts. Hey, vielleicht bringt der Feuerstab an. Ey, wirklich? Yeah. Oh, Magie ist alle. Ich will mal gucken. Bringt so ein Feuerstab. Eins, zwei, drei, vier. Boah, was? Der... ...typ braucht eine ganze Ladung Mana. Okay, warte mal. Dann müssen wir das richtig strategisch machen. Einer wird mit dem Feuerstab. Eins, zwei, drei. Ja. Dann schubbt einer mit einer vollen Ladung von dem Ding hier. So. Wo? Hm. Wo muss er allerdings nicht, wer ist den dritten? Oh, sorry. Den dritten. Äh, äh. Geht das mit so einem Ding eigentlich? Äh. Nein. Nee. Not quite. Ah. Oh. Oh. Njong. Wien. Dear, dear. Okay. Jetzt haben wir noch zwei. Noch zwei. Und ich habe wenig Schaden, ey. Was soll ich machen? Soll ich jetzt ein Safe State setzen? Ja, komm. Safe State. So, weil ich habe sehr wenig Schaden gekriegt. Verhältnismäßig. Ich glaube, einfach mal ein Safe State setzen, Alter. Bin einfach so crazy. Meine schöne, neu gewonnene Energie gleich wieder down. Noch chink. Na, nicht jemand in die Wand. Yes. Jetzt wird es down. Mann. Alter, guck dich diese Scheiße doch an, Alter. Du, du, du. Alter. Voll die Stacke entgegen. Gut, ich glaube, die muss ruhig sein, irgendwie. Das ist doch. Das ist doch, also. Alter, du kannst es. Das ist so kacke. Ich hätte mehr Pfeile haben müssen. Mehr Pfeile einfach. Eindeutig. Ich habe die alle verballert. Weil davor halt schon ein Ritter kam. Hat der Absicht gemacht, der olle Typ. Man muss erst die ersten Ritter besiegen. Denkt sich, man verballert all seine Pfeile. Ja, auf sowas achtet da. Game Design mäßig, wisst ihr? So. Ach. Ach. So, sag ich, ich muss noch einen. Mit zwei Herzen. Soll ich das mal probieren? Ich probiere das. Mit zwei Herzen. Ja, ist komisch erschossen. Okay, nochmal. Ja, warte, diese eulen Dinger schieben sie mir ein Herz ab, wenn die mich treffen. Die eulen Bälle. Ja, ist klar, ey. Alter, die eulen Dinger machen mehr Schaden als der Fette hier. Stirb, du Sack. Yes. An. An.